der brutzler von wiesenhof alter im kühlregal scheiße wollen die weggebrutzelt der mit stellt ist ein armut zeugnis jetzt nur übrigens freunde arbeiten gehen einfach nervig einfach kündigen dann muss man auch nicht mehr arbeiten heute brauchen einen schöne win streak jetzt hier und ich glaube poppy bringt uns die junge engel irgendwann spiel ich die juni auf leute oh nein wir haben die 10 leute das kann ja nichts werden jeder die sind ist eigentlich immer scheiße aber ich lasse mich gerne eines besseren überbelehren besser als nasus das stimmt ja im band 10 im team leute wir haben auch rümmel 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 zockung die leute mit mal direkt pingen alter das reicht einfach wo ich ihre w blocke das crazy ja ich dachte er versucht zu ruhe zu dash das wäre geil gewesen was ist bitte dass das nicht reicht hobby von behind ist immer ein bisschen langweilig hobby von behind ist immer ein bisschen langweilig alles wichtig sehr geil wenn sie weg laufen da kommt eine zeit ist gleich und damit hätte ja keiner rechnen können user baited 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 so gebetet ihr doofköpfe oh mein gott ist das geil was ein zock ergebnisse nicht so gut aber zockung läuft eigentlich ist der sauer der silas ist der sauer ob es willkommen Ist ja geil. So, die machen jetzt gleich Herald wahr. Das ist zum Glück gut geintet, dann wäre ich da tot gewesen. Vigo verkloppt einfach alles, wa? Och Leute, killt ihn doch. Oh, die Rumble uns schmeckt. Das sieht gar nicht gut aus. Oh Mann, Alter. Vigo ist ganz schönes Problem. In den Botturm. Alle Topside jetzt. Kaiser ist es leider wirklich überhaupt nicht, ne? Boah, der Sin ist irgendwie komplett useless, Mann. Wie ich es befürchtet habe. Weißer Zock. Der Remmler. Schade. Ah, wir haben irgendwie keinerlei Pressure auf der Map. Wir werden die ganze Zeit nur abgeformt. Wir kriegen halt immer einen Reset und dann verlieren wir den Fight. Die Kaiser ist so fucking scheiße, Leute. Aber jetzt nächste. Ah, Mann. Heute ist der Wurmschläder drin. Gute alte Juntai-Kaiser. Kann ja nur krass sein. Nichts den Kopf hängen lassen, Kutscher. Manchmal kommt der Elotron wie die Deutsche Bahn einfach was später. Gänsehaut. Hä? Hä? So. 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 Also wie wir auch diesen Fight also spielen konnten. Ganz komisch. Der Minion arbeitet hier. Egal hier unten. so. 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 Ok. Stark gemacht vom Fiss. Sehr geil. Was, dass wir das noch so geturnt haben, das Geld? Äh, das Geld, das Game. Eins für Drake ist okay, wenn es dabei bleiben sollte, was es nicht tut. Geht raus. Ich schmilzt so weg, Alter. Man, jetzt sterb ich da, weil der Lee sich da doof catchen lässt. Das ist so kacke. Oh, die Rumble. Glück in, dass der Jason Groop nicht. Kann ich enden. Ihr könnt Barrow machen. Sehr gut. Dann Flash ist ab, Alter, aus der Rumble. Auf mir. Wer da. Gut, sie ist. Ich bin einfach so Futter für die. Das ist crazy. Nice. Ich weiß nicht, warum der mir so viel Damage, der hat mir 2k Damage fast gegeben, Alter. In der kurzen Zeit. Ich habe 200 Amor, Alter. Dein Ult brutzelt alles weg, Alter. Kaiser ist jetzt auch sehr online. Die ist Level 18. 4 gegen 5, ne? 4 gegen 4 mit Twiss. Wir chasen weiter. Das war's, war's, war's. Man, warum gehe ich da gut rein, Alter? Richtig. Verenden können sie nicht, I guess. Oder? Gemeint, gehe nicht verend. Oh mein Gott, die Enden da gut rein, Alter. Sehr geil. Der Jace geht zum Drake, oder? Run, boy, run, Alter. Mann, scheiße. Okay, nice. Good job. Das ist alles Damage. Ohne Rumble sollten wir nicht fighten, eigentlich. Aber mein Kaiser ist auch sehr stark. Was ist das für ein Game, Alter? Oh, der Brutzler von Wiesenhof, Alter. Im Kühlregal. Scheiße, wurden die weggebrutzelt. Oh nein, nein, nein. Macht Ende, macht Ende, macht Ende. Holy shit, was ein Game, Alter. Adrem aber richtig reingebrutzelt, Alter. 20 Punkte verdiente Scheiße hier. Geil, Limitless. So, wir wollen jetzt 2, wenn es dann wieder bei 200. Aber das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen aber wieder die 300 angreifen hier. Wir hängen jetzt zu lange in dieser scheiß Region rum gerade. Weißer, Alter.